Also das ist der Teddy mit Mit dem Schlüssel Aber wie kommen wir jetzt weiter? Was bringt mir das, dass ich jetzt Ich meine es ist schön zu wissen, dass da ein Schlüssel drin ist Oh, eine Leiche, schön Nein, nein Ich verstehe Wir müssen es ihr zeigen wahrscheinlich, dann macht sie es nach Also kann ich mir vorstellen bei Six So, welcher war das jetzt? Der da, ne? Alles klar, da kommen sie mal mit, Herr Bär Alter, wie langsam die läuft mit dem Teddy, ne? Gut, der ist größer wie sie selbst, also Nicht verwunderlich Läuft sehr gut auf Ultra, ne? Kann man nicht meckern Und jetzt in die Haare Geißer Asche rein, ne? Mhm Sonst gibt's hier nichts, ne? Nur Krematorium Hm, lecker Lecker Lecker, 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 lecker Ich muss sagen, das ist ja eigentlich was ganz Normales, ne? Aber das macht mir schon Angst Selbst wenn man als Leiche dann Verbrannt wird Verbrannt zu werden Macht mir echt Angst, ohne Mist Ich glaube, ich habe so diesen Oh oh Ich habe so diese Wahrnehmung Und man könnte noch leben Und verbrennt dann lebendig, aber Ja Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der so denkt Oh, iiih, ne Puppen wär Ist das Frankensteinsmonster, oder was? Was zur Hölle? Lebt Ist es Fleisch oder kein Fleisch? Ah, iiih, iiih Oh nein Bevor wir hier durchgehen Nö Ich dachte, hier gibt es noch einen Kopf Ich habe bestimmt schon einen übersehen Irgendwo Das ist richtig unangenehm hier gerade, ne? Vor allem, weil wir jetzt schon wieder alleine sind So ist er festgeschnallt Ah, ja Ah Äh. Hm. Hm. Okay. Ein Hännchen. Für Finesse. Ist sie Freund oder Feind? Äh. Hä? So geht's schon mal nicht. Ich hab mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich hab mir das nicht anders vorgestellt. Ihhh. Nein. Alter. Ja okay. Freund schon mal nicht. Freund können wir glaube ich ausschließen. Nein. Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen wenn sie schlau ist geht sie hoch. Sie ist leider sehr schlau. Ich hab's grad noch gedacht. Wenn sie schlau ist klettert sie hoch. Sie ist in der Hand. Nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Nein! Nein. Nix da Hä, wo muss ich denn hin? Ii, 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 ii Ah, nein Ah, nein Das ist mich Nein Oh Ich glaube, sie hat mich verloren Come here Oh 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 Na komm. Eiskalte Händchen, oder was? Nein! Falsche Richtung. Hä? Six ist wieder weg. Die sollen uns nochmal helfen. Was ist los mit der? Was genau macht die da? Was genau macht die da? Die hat die Finger gebrochen. Alter! Oh, Six! Nee! Mach sowas doch nicht. Ja, und jetzt? Ach, warte mal. Da hinten war eine Einzelsteckdose, ne? Was ist das? Porn. Das ist eine Band. Das machen die also heute. Oh. Uh. Hm. Alter! Als ob. Junge. Warte mal. Warte mal. Nee. Ich komm nicht schnell genug wieder rein, ne? Nee. Alter. Der Eimer und der Schwamm. Wow, das ist so... Oh. Das ist so böse. Oh. 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 Ich muss da durch, gell? Alter! Ist das dein Ernst? Oh Gott! Nein! Mist, ich wollte mit der Tastatur versuchen, ob es besser geht. Oh Gott, ist das dein Ernst? Oh Jesus. Oh Gott, ist das dein Ernst? Oh Gott! Puh! Alter! Mist, ich kann die Hand nicht nehmen. Ja okay, aber wenn man es mal so sieht, warum sollte ich die Hand nehmen wollen? Oh nein! Oh nee! Das ist ja wie ein Silent Hill hier. Oh Leute, nein! Shit! Okay. Hi! Äh... Oh nein! Hä? 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 Das ist tatsächlich wie ein Silent Hill. Hey, wie soll das gehen? Oh nein! 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 Das kommt doch gar nicht hoch. Nein! Hä? I have no idea what's going on. Okay, probier's nochmal. Sorry, tschuldigung. Sorry, tschuldigung. Das schon mal nicht. Ich bin ziemlich am Ende, sehe ich gerade. Nee, kann nicht sein. Okay, moment. 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 Nicht mal. Nicht mal. Okay, moment. Okay, moment. Okay, moment. Okay, moment. Okay, moment. Okay. Okay. Alles klar. Okay. 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 Das funktioniert aber so. Okay. 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 Okay, okay. Okay, time-lose. Nein! Muss hinten durch! Was? Wie? Ja, das kann man mal so machen, na, würde ich sagen. Das Spiel geht ja doppelt so lang wie sein Vorgänger. What the fuck? Normal wären wir jetzt schon durch. Nein, was, wie? Der hätte mich gar nicht kriegen dürfen. Der hätte mich gar nicht kriegen dürfen, jetzt machen wir mal ehrlich, ne? Der hätte mich nicht kriegen dürfen. Okay, wieder ein bisschen, ein bisschen cheaten. Hier durch, hier durch, hier durch. Hier durch, hier durch. Tschüss! Haha! Alter, so macht man das. Oh nein. Da steht doch einer. Hier ist nichts. Ah, ich muss da oben raus, ja. Ich bin so bescheuert. Lass die Lampe an. Okay, es scheinen nicht alle aggressiv zu sein. Ich bin so bescheuert. Aha, ich bin so bescheuert. Vielen Dank.